So, da sind wir wieder mit Minecraft, aua, und ab jetzt ist die Welt offen, hab diese Folge, also jetzt könnten wir rein theoretisch eine Leuchte reinplatzen, und ich hab hier die Host-Privilegien, äh, warte, bin ich unsichtbar, warum bin ich echt unsichtbar, ja, ich mach die so lange aus, die mach ich nur an, wenn's sein muss, wenn irgendein Spieler ausrastet hier irgendwie, okay, so, ja, gut, die können halt nichts mehr, die machen, die haben keine Rechte, wenn sie beitreten, ich lade jetzt auch keine ein, das ist halt freie Schnauze, ob sie beitreten oder nicht, immer schnell schlafen, bevor hier einer reinkommt, wie ich schon sagte, die können halt einfach nur hier rumlatschen, mich unter Umständen suchen, und ja, ich hab die Ölen-Playlist noch an, weil wir gleich direkt wieder runtergehen, könnten wir eigentlich auch direkt machen, Diamanten packen wir schnell weg, ich hab' vergessen, was zu verzaubern, blüüüüüüüüüüü,umbüüüüüü, na ja, wenn sie sterben werden, natürlich fell, ja hier war der, ja.. ..oh, jetzt haben wir 110 Diabitters, 114 sogar, uiih! Ähm, ja, davon könnten wir eigentlich rein theoretisch alles gebrauchen, also können wir auch direkt wieder nach unten gehen. Ich muss nur mal kurz gucken. Na gut, online stehe ich also. Müssten eigentlich beitreten können die Leute, wenn sie sich denn trauen. So. Tja, wo gehen wir denn jetzt rein? In der Höhle waren wir schon mal. In der da hinten haben wir Hero Ryan schon mal getroffen, aber nicht wieder getroffen. Ich könnte ja mal schauen, was... Ne, oder... Ach, da gehe ich jetzt nicht extra runter. Wir haben ja da unten einen riesen Hohlraum gemacht, weil ich ja so viel Stein brauchte. Das Hotel müsste jetzt eigentlich... Das wäre jetzt praktisch, wenn das wenigstens teilweise fertig wäre. Dann könnte man den Besuchern hier wenigstens ein Zimmerchen anbieten. Das wäre natürlich praktisch hier, wenn man hier wie bei Rust-Codes für die Türen machen könnte. Naja, für einen PC geht das garantiert. Da oben haben wir auch noch nicht gebaut. Da müssen wir auch noch unser Haus hin. Naja, wir suchen uns jetzt erstmal eine Höhle. Gucken wir mal hier im Wald, ob wir was finden. Im Börsenwald. Ging ja recht schnell. Habe ich jetzt sie. Och. Geh nochmal zurück, das ist mir zu gefährlich. Wenn wir denn sterben, will ich nicht... Er hoff mich zu spammen. Nicht, dass wir... Die Glückshacke verschlieren. Die ist zu wertvoll. Mutsamkeit eigentlich auch. Aber falls wir die Mutsam-Hacke hier verlieren, Können wir ja die Glückshacke mitnehmen. Und halt unten direkt in der Höhle... Alles so abbauen. Was wir halt so abbauen wollen. Diamanten und so weiter, ne? Ne. Ja, zwei Schafe. Haben überlebt. Ey, Erdbeere, was geht bei dir? Das ist nicht normal, ey. Was ist das denn da? Ja, äh. Wo war die jetzt nochmal? Shit. Ist irgendwo hier gewesen. Ist ja da, da vorne, ne? Oder? Ja. Ich höre auch schon eine Spinne. Die, glaube ich, Spinne. Gut, ich sehe wieder eine Menge Kies, wo wir uns durchbuddeln müssen. Okay. Das Geröll, hier ist etwas eingestürzt. Ist schon jemand drin, nö. Aber das sehen wir ja, ne? Ich hätte ja schon Bock, wenn welche ein bisschen rumlatschen. Deswegen, ich lade jetzt einfach mal welche ein, die gerade spielen. Einladen. Na, spielen nur die. Oder er. Er spielt nur. Gucken, ob er reinkommt. Der peilt wahrscheinlich gar nicht, was hier los ist. Okay, er ist auf jeden Fall drin. Stopp. Schnell, 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 schnell. Option, Gamatex im Spiel. Aus. So, der soll uns ja nicht sehen auf der Karte. Ich habe keine Ahnung. Moment. Gut, er kann nichts abbauen. Muss ich dem irgendwelche Rechte geben. Kann Spieler angreifen, kann Tiere angreifen. Monster kann man, glaube ich, auch so angreifen, oder? Ich wette, er gleich kommt. Vielleicht hat er die Folge auch gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Dann weiß er gar nicht, was los ist. Wird er gleich vielleicht fragen, ob er Rechte bekommt. Und da war... Oh ja, da haben wir eine gute Höhle gefunden. Wo gehen wir als erstes hin? Ich muss mal sagen, wir folgen dem Water. Zu dem kleinen A-Loch. Da vorne. Na. Ah, Spider-Man. Ja, wir sehen ihn jetzt natürlich auch nicht auf der Karte. Also könnten wir uns rein theoretisch auch erschrecken. Vielleicht ist ja hier so ein Troll dabei, der Hero-Brine-Skin benutzt. Aber man merkt eigentlich... Oh. Wann's gefährlich wird. Und ob er der echte Isch oder Nisch. Heute habe ich's mit dem Isch. Selbstverständlich blöd. Wenn er irgendwo reinfällt, wo er nicht wieder rauskommt. Bei den Baurechten ist es klar, warum ich ihm die nicht gebe. Könnte ja auch hier ein Griefer reinkommen. Deswegen. Ähm. Strukturierter Raum. Fackel. Es ist eine Höhle im Tunnel. Wetten wir? Wetten wir? Wetten wir? Ja. Hier ist der Tunnel, der Wald und Wüste verbindet. Können wir mal hier oben gucken. Hier haben wir damals auch mal ein Geräusch gehört. Okay. Hier ist Kies. Ja, war ja klar. Was sagt er, Edgar? Oh, Entschuldigung. Da verbirgt sich immer was hinter. Ich höre auch schon Lava. Ja, nicht immer halt, ne? Aber meist. Manchmal. Hö. Ja, hier geht's schön weiter. Was ist das denn für ein Trollweg hier? Ey. Ne? Geht's nach oben? Ja, da ist er raus. Ich denke auch, bläh, soll ich denn hier? Ich kann nix machen. Wir haben auch keine Schaufeln mehr. Oh yeah. Ich muss ein bisschen Eisen mitnehmen, weil die Steinschaufeln immer relativ schnell im Eimer sind. Oh, ich schaufel im Eimer. Tja. Drei Tonnen Kies wieder. Aber wir können's gut gebrauchen. Oh, wahrscheinlich soll es einfach nur so eine Box abgekackt, kann auch jetzt sein. Vielleicht weiß er ja doch, was hier los ist. Naja, hier scheint nix zu sein, ne? War einfach nur wieder voll mit Kies gestopft alles. Mal voll drauf halten. Aber wer weiß, wir haben ja grad gesehen, dass hier Wege hinter sein können. Und wie's aussieht. Naja. Hier wird wohl nix sein, glaub ich. Ich bau tropfen mal alles ab. Tja. Ran an die Arbeit. Ich glaub, das waren so welche, oder? Keine Ahnung. Doin. War an die Eisen-Schaufeln? Ich mein, die sind ein bisschen dunkler jetzt, oder? Kommt mir grad nur so vor. Keine Ahnung, werden wir ja merken. Tja, hier war auch nix. Okay. Hier haben wir auch wieder Kies am Ende. Naja. Das ist wieder... Das ist wahrscheinlich wieder so ein riesen Loch. Kies. Das baue ich jetzt mal ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann erspare ich euch diesmal diese Kies-Abbau-Runde. Uhuhu, also bis gleich. Oder bis zur nächsten Folge, ja gesagt. Tja.